Übrigens, dieses Filmchen hier ist nicht bei uns im Büro entstanden. Das habe ich mir aus dem Internet geklaut. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Vortrag. Die User sind nie schuld. Wir wollen heute darüber sprechen, mit welchen Ansätzen wir die Lebensdauer von Computern erhöhen, den Blutdruck unserer Mitarbeitenden senken oder von dem Beispiel hier etwas abstrahiert, wie wir den Einsatz von IT-Applikationen so fördern können, dass die Mitarbeitenden, eure Mitarbeitenden, sie gerne kompetent und im besten Fall auch richtig nutzen. Genau, dass wir diesen Vortrag aufzeichnen, das hat Britt eben schon gesagt. Vielleicht erst mal ein paar Worte, wenige Worte zu uns. Wer sind wir? Britt, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Danke, Johannes. Mein Name ist Britt Bürgi. Ich bin bei der TTS im Produktmanagement für die Software, für unsere Software, die TTS Performance Suite zuständig. Danke. Und ich, Johannes Starke, Produktmanager aus einem anderen Bereich bei der TTS, dem Bereich Learning. Zur TTS selbst möchte ich heute wenige Worte verlieren. Nur ganz kurz, wir sind einer der ganz etablierten Anbieter am Bereich Corporate Learning und User Adoption. Wir beraten in diesen Umfeldern, erstellen Lernangebote und haben zudem auch eine Softwarelösung, auf die Britt nachher noch eingehen darf. Ich darf euch einladen, zunächst von den Tücken eines beispielhaften IT-Projekts zu erfahren, das vielleicht dem einen oder der anderen von euch vertraut vorkommen könnte. Also ein erfundenes Beispiel, stellt euch vor, ein Unternehmen, das abbrechenbare Dienstleistungen erbringt auf Stundenbasis. Die Mitarbeitenden sollen die geleisteten Stunden in einem Zeiterfassungssystem erfassen und seit Jahren gibt es aber das Problem, dass die geleisteten Stunden nicht rechtzeitig oder fehlerhaft im System erscheinen. Ja, wenn dann eben ja nach Stunden abgerechnet werden soll, dann sind die Auswirkungen darauf vielfältig. Finanzielle Verluste, schwer steuerbare Projekte, das sind nur zwei von sicherlich vielen negativen Auswirkungen, die ihr wahrscheinlich auch so kennt oder in ähnlicher Form kennt. Woran liegt das? Warum werden die Stunden nicht rechtzeitig erfasst? Sind die Mitarbeitenden zu doof, zu faul, planlos, um ihre Arbeitszeiten zurückzumelden? Gut, die bisherige Erfassung in einer SAP-Maske war so elegant, wie SAP-Masken eben oft aussehen. Deshalb entschließt sich dieses Unternehmen, jetzt eine neue Zeiterfassungsapplikation einzuführen. Dazu wird ein IT-Projekt aufgesetzt und die neue Applikation, die dann entwickelt wird und ausgerollt wird, hat kaum Fehler, läuft performant. Es werden exzellente Trainings um den Rollout-Termin angeboten. Es gibt ein Helpdesk, der gut geschult ist und einsatzbereit. Und das Beste, die neue Software, die sieht nicht nur modern, schick aus, sondern läuft sogar mobil auf Smartphones. Also selbst mobile Zeiterfassung ist möglich. Jetzt muss doch eigentlich alles besser werden mit dieser neuen Software. Ihr ahnt, was kommt, nichts bessert sich. Die Zeiten werden tendenziell sogar noch später rückgemeldet. Und die Fehlbuchungen auf andere Projekte oder auf falsche Projekte nehmen zu und so weiter und so fort. Wir wollen hier heute nicht ins Detail gehen. Wenn wir uns die Situation hier mal anschauen, dann haben wir da verschiedene Probleme, wo ich jetzt mir mal wenige beispielhaft herausgreife. Das neue projektbasierte Rückmeldesystem kommt aus verschiedenen Gründen, da möchte ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, der Arbeitsrealität der Mitarbeitenden nicht entgegen. Deshalb sehen die Mitarbeitenden nicht, wie sie das neue Tool in ihrer Arbeit unterstützt. Das wird dementsprechend eher als Behinderung empfunden. Es gibt ja diese schönen Workarounds. Man kann ja auch einfach eine Excel-Tabelle nehmen und sich da die Zahlen erst modetieren und dann erst am Ende des Monats irgendwie übertragen. Deshalb nutzen die Mitarbeitenden die Software aus ihren individuell verständlichen, guten, nachvollziehbaren Gründen nicht so, wie man sich das eigentlich mal gedacht hatte. Was dann allerdings wiederum die Probleme verstärkt. Die Geschäftsprozesse werden behindert. Die Umsetzung der Geschäftsstrategie wird verlangsamt oder fast unmöglich gemacht. Ich könnte da jetzt noch das Bild viel düsterer malen, aber gegen Düsternis können wir ja was tun. Und zwar mit einem ganzheitlichen Ansatz, den ich heute als User Adoption bezeichnen möchte. Der Begriff User Adoption, der wird teilweise ganz unterschiedlich in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich definiert. Und es kann sein, dass ihr darunter bisher etwas anderes verstanden habt, als das, von dem ich jetzt rede oder vielleicht den Begriff noch nie gehört habt. Nach unserem Verständnis ist die Grundidee von User Adoption nicht, den User zu adoptieren, sondern die folgenden Ziele zu erreichen. Erstes Ziel, die IT-Applikation unterstützt die AnwenderInnen in ihrer Arbeit. Das ist für eine neue IT-Applikation eigentlich erstmal, oder sollte, klingt erstmal banal, ist es aber nicht. Dann zweitens, die AnwenderInnen erkennen genau deshalb, weil sie das merken, die Applikation unterstützt mich, den Wert, den die Applikation für sie hat. Also das What's in for me. Dann drittens, die deshalb überzeugten AnwenderInnen setzen die Software so ein, wie es gedacht und wie es auch erwünscht wird. Und damit unterstützen sie dann eben auch die Geschäftsprozesse. Und Video funktioniert nicht mehr, sagt mir gerade mein System hier. Das ist ja lustig. So, Webcam aus und wieder an, jetzt läuft es hoffentlich wieder. Und wenn man dann weiterdenkt, wenn dann die Geschäftsprozesse laufen, wie geplant, sollte das auch direkt Auswirkungen auf die Strategie des Unternehmens haben. Positive Auswirkungen. Und was da noch ganz, ganz wichtig ist, das ist so über den gesamten Lebenszyklus der Applikationen hinweg. Also nicht nur in der Rollout-Phase, sondern hoffentlich über viel, viele Jahre lang, also so lang, wie die Applikation bei euch im Unternehmen ist. So, im ganz schnellen Überblick. Wir gehen heute nicht auf jedes einzelne Detail in dieser sicherlich relativ erschlagenden Grafik ein, die einen Rundumblick über User Adoption bietet. Mir geht es darum, die grundlegende Idee klar zu machen. Ihr könnt euch die Grafik übrigens auch im Handout-Bereich runterladen und für euch nutzen. Und gerne können wir natürlich auch dann in einem separaten Termin tiefer auf die einzelnen Schritte und die dahinterliegenden Methodiken eingehen. Da braucht es aber ein paar Minuten länger als 20 Minuten. Deswegen machen wir das natürlich an anderer Stelle gerne mit euch. Das, was ihr hier seht, orientiert sich ganz stark am Microsoft Service Adoption Framework, was wir aber genommen, generalisiert und erweitert haben, um es eben auf das Umfeld, in dem wir uns alle hier bewegen, auf der LearnTech passbar, greifbar zu machen. So, erst mal ganz, ganz, ganz am Anfang geht es los mit einer Einschätzung. Brauchen wir für unser IT-Projekt überhaupt etwas, was User Adoption nahe kommt? Wir haben da zum Beispiel einen Fragebogen, mit dem du schnell prüfen kannst, ob ein User Adoption-Vorgehen sinnvoll ist und aus welchen Gründen. Wenn wir dann im Assessment erkannt haben, dass so ein User Adoption-sensibles Vorgehen wichtig ist, geht es dann zunächst erstmal an den Aufbau der grundlegenden Visionen, der Ziele, warum überhaupt diese neue IT-Applikation. Und hier möchte ich zwei Punkte beispielhaft herausgreifen, die ich besonders relevant halte, so als Grundlage, als Fundament für alles weitere, was kommt. Damit wir dann auch gute Qualifizierungsangebote, gute Unterstützungsangebote entwickeln können. Und zwar einerseits das Entwickeln von Szenarien. Vielleicht kennen manche von euch das unter dem Begriff User Story eher. Und dann das Herausarbeiten von prüfbaren Erfolgskriterien und KPIs. So Szenarien, die werden nach unserer Erfahrung besonders griffig und gut nutzbar und verständlich und eben auch nachprüfbar, wenn wir sie nach einem Schema aufbauen, was eigentlich relativ üblich und bekannt ist. Ich mache das hier mal als Beispiel für den initialen Case mit der Zeitrückmeldung, den ich geschildert habe. Also als Projektmitarbeiter im Entwicklungsteam wäre jetzt so ein Satzbeginn. Möchte ich meine geleisteten Arbeiten am Ende des Tages schnell und einfach dokumentieren? Das tue ich, indem ich eine Tagesmaske öffne und die Tätigkeiten in Vorlagen eintrage. Ich weiß, dass es erfolgreich war, wenn meine Zeiten am Ende des Tages im System sind und von der Projektleitung genutzt werden können. So eine grundlegende Grammatik, die wir dann zum Beispiel in enger Abstimmung mit den verschiedenen KollegInnen erarbeiten, um deutlich zu machen, wofür eigentlich. Was ist das What's in for me und wann weiß ich, wann ich erfolgreich bin? Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere von euch, das ist kalter Kaffee. Okay, solche User-Stories entwickeln, das machen wir doch in der Softwareentwicklung jeden Tag. Das mag stimmen, aber nach meiner Erfahrung ist das eben oft dann nur auf die Softwareentwicklung, auf das IT-Projekt beschränkt und wird dann im weiteren Verlauf zum Beispiel bei der Entwicklung von Lernangeboten vergessen. Die KollegInnen, die später die Qualifizierungsangebote erstellen, die Kommunikation planen, Success-Stories schreiben, für die sind diese Szenarien ganz genauso wichtig wie für die IT-EntwicklerInnen. Und deswegen legen wir in der Vision-Phase das Fundament zum Beispiel mit solchen Szenarien für alle weiteren Schritte, die entscheiden, ob User-Adoption ein Erfolg wird oder eben nicht. So, ein zweiter Punkt in der Vision-Phase, Erfolgskriterien entwickeln. In verschiedenen Stufen, also ganz grundlegend, zeitnah beim Go-Live der Applikationen. Erstmal sind die Mitarbeitenden befähigt, motiviert, haben sie dieses What's-in-for-me erkannt und können sie ganz grundlegend mit der Software umgehen. Dann, Stufe weiter, ganz banal, nutzen die Mitarbeitenden, die prinzipiell verstanden haben, dass die Software für sie wichtig, hilfreich ist, die Software dann auch. Oder gibt es da Gründe, die dem entgegensprechen? Dann, wenn sie die Software dann nutzen, die zufrieden sind sie damit. So, und jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend. Sind denn durch diese Nutzung auch positive Auswirkungen im Geschäftsbetrieb erkennbar? Also wird das Business, so wie es ursprünglich von uns angedacht war, auch wirklich unterstützt? Oder spielen alle mit der Software zwar glückselig herum, aber eigentlich ohne konkretes Ergebnis? Und wenn wir dann all diese Erfolge erreicht haben, dann können wir größer schauen, welchen strategischen Wert schaffen wir für die Organisation mit diesen gut laufenden, gut unterstützten Softwareprozessen von Menschen, die das What's-in-for-me für sich erkannt haben. Fast forward, ich spule jetzt mal fast durch die gesamte Onboarding-Phase, in der wir dann Maßnahmen pilotieren, ein Champions-Programm aufbauen, Kommunikation planen und so weiter, kommen wir jetzt zu dem Teil, den Britt euch heute mitgebracht hat zum Thema Qualifizierung, Unterstützung im Bedarfsmoment. Wir sind ja hier auf einer Learning-Messe und ich habe bisher erzählt, dass User Adoption viel, viel mehr bedeutet als exzellente Lernangebote. Aber das ist mir wichtig. Es beinhaltet eben auch exzellente Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote. Durch diese ganze Vorarbeit, die wir bisher geleistet haben, auf der wir aufbauen können, sorgen wir dafür, dass unsere Angebote genau an den Stellen ansetzen, die relevant sind, in den Arbeitskontexten, die relevant sind, und zwar auch applikationsübergreifend, die ganze Zeit und nicht nur während der Rollout- und Trainingsphase. So, Britt, magst du uns einen kurzen Einblick geben, wie das ganz konkret mit einem Software-Tool funktionieren könnte? Sehr gerne. Dann übernehme ich mal ganz schnell die Steuerung und teile meinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt alle sehen. Ganz kurz, Johannes hat es erwähnt und war auf dieser Journey sehr schön zu sehen. Die Digital Adoption Solution ist ein Puzzlestück in der gesamten User Adoption Journey. Sie soll die Qualifizierungsangebote rund um Projekte unterstützen und auch ergänzen und dann im laufenden Betrieb natürlich Support am Arbeitsplatz der einzelnen MitarbeiterInnen bieten. Hierfür müssen die MitarbeiterInnen relevantes Wissen zur Verfügung haben oder soll ihnen zur Verfügung gestellt werden. Aber was heißt denn eigentlich relevantes Wissen? Im Unternehmen gibt es ja einen riesigen Wissenspool mit viel beliebigem Wissen aus Kursen, aus einfach im Wissensmanagement. Aber was macht das für mich relevante Wissen denn aus? Das ist zum einen mal der Kontext. Es muss im Kontext meiner Arbeit stehen, also zu dem passen, was ich gerade mache und zu dem Zeitpunkt, wo ich es benötige, muss es dann auch zur Verfügung stehen. Es muss zu mir und zu meiner Rolle passen. Das heißt, beispielsweise braucht in einem CRM-System ein Marketingmitarbeiter andere Wissensinhalte als jetzt zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter, da einfach auch andere Prozesse zu bedienen, andere Aufgaben zu erledigen sind. Und last but not least, die Wissensinhalte müssen natürlich gültig, passend und aktuell sein, also valide sein, also dass ich eventuell auch, wenn ich gekustomizedes System habe, hier spezifischen Content, der zu meinem Unternehmen und meinem gekustomizeden System passt und nicht Standard. Oder eben auch aktuell, wenn sich Datenschutzverordnungen ändern, dass das eben aktuell angepasst wurde. Wenn ich diese drei Punkte berücksichtige und das Wissen unter diesen drei Aspekten dem Mitarbeiter zur Verfügung stelle, dann hat er oder sie das relevante Wissen für sich parat. Diesen Beitrag kann mit eben einer Digital Adoption Solution wie unsere Software, der TTS Performance Suite zur Verfügung gestellt werden. Und ich zeige das jetzt mal anhand einer kleinen Simulation, wie sowas aussehen kann. Wenn die Adoption Solution unternehmensweit eingesetzt wird und für verschiedene Applikationen eingesetzt werden kann, kann sie eben auch Aufgaben oder Prozesse komplett abbilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in einem SAP 4HANA-System bin und brauche jetzt mal Unterstützung, weil ich gerade nicht weiß, was ich zu tun, wo ich hier klicken muss, was ich machen soll, dann habe ich hier die Möglichkeit über die kleine Orange, Sie sehen es unten rechts in der Taskbar, die Möglichkeit, eine Hilfe aufzurufen. Wenn ich das tue, öffnet sich meine Hilfeleistung. Hier bekomme ich jetzt eben verschiedene Inhalte. Und Sie sehen hier oben mit der Lupe hervorgehoben für den Kontext, in dem ich mich befinde. Also auf der Home-Seite meiner Fiori-Anwendung. Also der SAP 4HANA-Anwendung. Was für Inhalte bekomme ich, sieht man hier unterschiedlich in Kategorien unterteilt. Schritt für Schritt Detailinformationen, Kontakte oder auch mal plus A-Einträge. Das ist variabel, je nachdem, welches Wissen für mich momentan relevant ist. Jetzt möchte ich aber vielleicht doch noch mal im CRM-System was nachgucken, bevor ich jetzt meinen Auftrag beispielsweise hier anlege, wechsel in das CRM-System. Und wie Sie sehen, ändert sich dann auch der Inhalt der Hilfe. Er synchronisiert sich und auch hier zeigt er mir wieder den für mich relevanten Content in der Applikation, in dem Kontext, in dem ich mich befinde, an. Das ist da für Möglichkeiten zum einen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ganz einfach wirklich Schritt für Schritt eine Transaktion, einen Prozess durch anleiten. Schauen wir uns gleich näher an. Detailinformationen, zusätzliche Informationen in Form von beispielsweise PDFs, PowerPoint, Dokumentationen, vielleicht auch mal eine Information zum Datenschutz, weil es sind ja nicht nur die Klicks, die ich ausfüllen muss. Ich brauche ja mehr Wissen eventuell drumherum. Weiter vielleicht ja noch mal Selbstlern-Einheiten aus dem Blended Learning-Konzept, aus dem Qualifizierungskonzept oder noch mal Zugriff auf die Kursunterlagen, die ich vielleicht jetzt für diese Anwendung schon mal gemacht habe. Wenn ich noch mal was so durchspielen möchte und hier dann auch noch mal Zugriff auf den Prozess, eine Prozessabbildung, um zu sehen, wo stehe ich denn? Oder eben auch, wenn ich jetzt hier wirklich ein Problem habe, dann vielleicht auch den Sales Manager noch mal oder den relevanten Kontakt, das kann man ja selber dann einstellen, hier anzuschreiben. Dass ich nicht erst gucken muss, wer ist mir denn da, wen kann ich denn da fragen. Dann gucken wir uns mal an, wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aussieht, die eben auch mit unserer Software-Suite mit erstellt werden kann. Das ist dann einfach eine Anleitung, nicht disruptiv über dem System, sondern nebendran gelagert, sodass ich hier dann Schritt-für-Schritt einfach neben meinem System die Sachen sehen kann, welche Schritte ich dann im System durchklicke. Das war jetzt ein Beispiel einer Web-Anwendung. Auch Fiori ist Web-Anwendung erstmal, aber natürlich geht das auch für Desktop-Anwendungen. Das ist für jede Windows-basierte Applikation möglich. Und ich habe hier zum anderen dann auch die Möglichkeit, manuell zu suchen. Ich gehe jetzt mal, simuliere in PowerPoint. Habe jetzt gehört, es gibt so eine tolle Transition für Full-In-Übergänge, Morphen. Geht jetzt ein bisschen schnell, ich habe es nicht gefunden. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, noch mal in anderen Wissensquellen, die hiermit verknüpft sind, zu suchen. Das heißt, hier jetzt bei dem Beispiel kann ich direkt aus dem Quick-Access heraus in die Microsoft-Hilfe springen, übergebe den Kontext, nachdem ich gesucht habe, meinen Suchbegriff. Und die Microsoft-Hilfe wird mir hier dann nochmal ausgegeben. Und ich kann mir hier, da gibt es schon standardisierte Schritt-für-Schritt-Listen, kann mir das dann hier nochmal aussuchen. So habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt keinen kundenspezifischen Content oder keinen Content zur Verfügung habe oder eben andere Wissensquellen in Ihrem Unternehmen da sind, diese hier mit einzubinden, mit in den Kontext zu bringen. Und so habe ich dann eben über diese Digital Adoption Solution einen zentralen Zugriff für alle meine Wissensinhalte und das eben für alle Applikationen, die, wenn Sie das so einrichten, die im Unternehmen im Einsatz sind. Man kann so dann den User optimal an seinem Arbeitsplatz in seiner Arbeit unterstützen und ihm die nötige Hilfe zur Verfügung stellen. Das war es jetzt soweit. Im wirklichen Schnellüberblick zur Software. Ich würde jetzt dann auch wieder an Johannes übergeben. Wenn Sie zu dieser Software mehr Informationen oder so weiter, dann sind wir natürlich auch für Sie ansprechbar. Johannes? Super. Vielen, vielen Dank, Britt, für den schnellen Ritt. Wir sind jetzt in diesem Ritt auch schon ganz am Ende in dem grünen Kreis angelangt. Ich habe verstanden, wir haben jetzt dauerhafte Angebote permanent. Wenn die AnwenderInnen mit der Software arbeiten, bekommen sie die entsprechenden Hilfestellungen bereitgestellt. Dementsprechend können wir auch im System dann sehen, welche Hilfestellungen werden besonders oft angeklickt. Da scheint dann ja irgendetwas in Argen zu liegen. Und da müssen wir dann gucken, ist es ein Problem, was wir mit Qualifizierung lösen können? Ist es ein Problem, was vielleicht in der Software an sich inhärent ist? Oder ist es ein Problem, was durch Kommunikation, durch Success Stories vielleicht sogar schon zu lösen ist? Dementsprechend jetzt zum Abschluss. Wir sind eine Minute über der Zeit. Noch mal kurz zusammengefasst die wichtigsten, die essentiellen Fragen, die wir bei User Adoption berücksichtigen sollten. Haben wir berücksichtigt für was, wie, wo, wann, unter welchen Rahmenbedingungen unsere KollegInnen die Software einsetzen? Dementsprechend haben unsere KollegInnen erkannt die Frage, what's in for me? Drittens, wann ist der Einsatz der IT-Applikation erfolgreich? Und zwar aus welchen unterschiedlichen individuellen Perspektiven erfolgreich? Viertens, wie erreichen wir eine dauerhafte Unterstützung jederzeit im Bedarfsmoment und über den gesamten Lebenszyklus hinweg? Und last but not least, welche KPIs können wir auswerten, damit die IT-Applikationen, die Qualifizierungsangebote und die Kommunikation permanent evaluiert und verbessert werden können? Viele weitere tiefergehende Artikel findest du auf insights.tt-s.com, unser Portal, wo zu all diesen Themen, die wir heute angesprochen haben, Artikel bereit liegen. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieses schnellen Rittes angelangt. Wenn du dir Zeit nehmen möchtest, ein bisschen tiefer auf die Frage einzugehen, mit uns zu diskutieren, dann sei herzlich eingeladen, um 13.15 Uhr, also für einen kurzen Kaffee und eine Zigarette reicht es noch, mit uns zu diskutieren. Sind die User wirklich nie schuld? Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen? Gib uns gerne richtig Contra in unserer Diskussionsrunde, in unserem Roundtable um 13.15 Uhr. Die User sind nie schuld mit Fragezeichen. Das sollten wir gemeinsam diskutieren. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, wir freuen uns auf euch. Bis gleich. So, das war's. Da sind noch so viele drin. Sehr schön. Scheint also irgendwie für Relevanz gesorgt zu haben. Es gab ein, zwei Fragen. Johannes, den Link für das Handout, dass wir den nochmal im Nachgang zur Verfügung stellen. Genau, den hat die Ellen dankenswerterweise auch schon reingeschrieben, glaube ich. Ich sehe es jetzt gerade in dem Chatverlauf nicht, aber genau. Und dann nochmal eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob Anke noch im Call ist, für, wenn die Orange bereits im Einsatz ist, was uns natürlich freut, wie man die Nutzung derer selbst, da können wir ganz unheimlich gerne, wir haben Promopacks, wir haben Materialien, wir haben Ideen, wie man die Nutzung der Orange selbst auch vorantreiben kann. Da sehr gerne einfach mal ein persönlichen Gespräch. Da haben wir auch ganz viel kostenlose Sachen, Materialien zum Runterladen, die man intern verwenden kann. Da kommen wir auf euch zu, würde ich sagen. Super. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns dann bald im Roundtable sehen. Ganz genau. Bis gleich. Bis gleich.